Ich weiß doch, nein. So, erstmal schön... Was ich immer gerne mache hier an der Base ist... Structures... Da brauchen wir drei Boards für. Können wir doch drei Boards machen? Eins. Zwei. Nein. Okay. Hey, Digga. Willst du... Willst du... I follow. Yes, yes. Hier, du auch. Nee, du darfst... Du darfst Fleisch haben. You is good. Genau. I love friend. Hehehe. Okay, Blume. Blume. Was habe ich gesagt? Drei? Was brauche ich? Drei oder vier? Da ist noch eine Blume. Haben wir jetzt genug? Wie viel haben wir jetzt? Zwölf. Okay. Dann machen wir uns jetzt einen Blumenkranz. Die Schweine essen bestimmt Karotten. Das... Du, ich glaube, die Schweine essen alles. Sowas. Sowas. Spam. Und der Hut bringt, glaube ich, auch gut was, ähm, wenn es regeln sollte. Und jetzt setzt hier wieder die geile Mucke ein. Ähm, was machen wir denn jetzt? Was ist denn unser Plan? Wir brauchen mehr Steine, oder was? Warte mal. Asche wollten wir haben. Wo ist denn meine Spitzhacke? Habe ich schon wieder keine Spitzhacke mehr? Meine Fresse. Oder habe ich die jetzt nur wieder nicht gesehen? Habe ich nicht gerade eine Spitzhacke gemacht? Ich bin echt blind, ne? So, jetzt. Steine nehmen wir mit. Dann müssen wir ein bisschen Holz holen. Bisschen ist gut. Wir brauchen eine Menge auch Holz. Wir brauchen... Okay, jetzt. Die essen natürlich auch das Fleisch. Was rumliegt, ne? Oder das Essen, meine ich. Nicht das Fleisch. Was ich denn eigentlich hätte essen können. Hey, ho, Leute. Bro Flow und Mega Ohm und Free Kill. Ach, Free Kill ist ja schon mit Weide dabei, ne? Ah. Ah. Ja, ich bin euer Freund. Aber lasst mich in Ruhe. Ihr neggen. Okay. Smash me in Tree. Yes. Ah, guck mal, die hauen mit auf den... Die hauen mit auf den fucking Baubier. Oh, ne. Jetzt regnet es schon wieder. Okay, wir holen uns jetzt einfach viel Holz. Ja, genau. Macht den kaputt. Wie geil. Und die lernen, was ich mache. Und dann machen die... Oh, wie geil. Das ist nice. Ich brauche nichts machen. Haha. Die machen hier die ganzen Bäume kaputt. Ihr könnt mal hier den komischen Truthout einfangen, ihr Vögel. Okay, lassen wir das. Also, was habe ich gesagt? Sau viel Holz. It's getting late. Ja, eigentlich können wir noch ein paar Steine holen. Aus Steinen können wir bestimmt auch viel Shit machen. Andererseits müssen wir jetzt leider auch mal... Wir pflanzen mal lieber ein paar Bäume. Ich weiß noch aus dem ersten Teil, oder aus dem ursprünglichen Teil, ohne DLC, dass da auf einmal so ein Waldmonster kam und mich getötet hat. Und zwar hart. Das war sehr, sehr unangenehm. Okay. Also, Leute. Wir zünden an. Was? It's in the leaf. Moose of the... What? Ach, hier. Light. Okay. Zünden mal an, Digga. Und den würde ich auch gerne mal anzünden. Und vielleicht noch den hier. Okay. Jetzt habe ich mir keine Schaufel gebastelt. Sehr, sehr ärgerlich. Ist aber nicht so schlimm. Jetzt habe ich hier aus Versehen das Ding zu lang gehalten. So. Kriegen wir da jetzt einfach Asche draus? Oder... Yes. Yes. Wow. Guck mal, kriegen wir den? Hau ihn. Jawohl. Wir haben Fleisch. Wir haben Fleisch gekriegt. Vom Maulwurf. Der aber Maulwurf. Selber schuld. Der Penner. So, wir holen uns noch mehr. Ich glaube, wir brauchen noch mehr. Oh, das Zeug habe ich hier gar nicht eingesammelt. Guck mal an. Das ist jetzt schon wieder regnet, ne? Geht mir so auf den Sack. Wir müssen uns gleich einen Huhn machen. Oder einen Hut vielleicht, ja? Okay. Noch ein paar Rohstoffe, ne? Tun ja nicht weh. Tun ja nicht weh. Tun ja nicht weh. Mit Holz kann ich Sachen machen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr richtig. Vor allem. So. Kaputt. Was ist das hier? Asche, oder was? Zack. Das muss reichen. Zack. Sechs Stück. Ich hoffe, das reicht. Wie viele Steine haben wir? 25. Das müsste eigentlich auch reichen für Sachen. Oh. Ah. Inventory Tweaks ist automatisch mit drin. Sehr gut. Haben wir genug Essen? Sieht im Moment so aus. No, jetzt wird bald Nacht. Wir können gleich mal zurückgehen. You can't carry any more stuff. Was ist das denn da? Holy shit. What the fuck? Ich geh weg. Ich geh weg. Können wir irgendwas fallen lassen hier? Können wir irgendwas fallen lassen? Ashes. Brauch ich Ashes? Ich glaube nicht. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Komm. Wir brauchen Holz. Jeder braucht Holz. Sind jetzt alle Bäume auf Agro? Kann das sein? Oh, jetzt hab ich keinen Platz für fucking Karotten. Aber das Fleisch krieg ich noch mit. Aua. Kannst du mich mal in Ruhe lassen, Digga? Aua. Aua. Oh Gott. Warte, ich will das Fleisch haben. Gib mir das Fleisch. Yes. Yes. Und jetzt hau ich ab. Ich trage die Karotte einfach so. Wo muss ich hin? Hier irgendwo wo meine Base, ne? Oh mein Gott. Die ganzen Viecher kommen. Und? Feuer. Puh. Okay. Ich glaube das ist, weil die Schweine angefangen haben, einfach jeden Baum kaputt zu hauen, den sie gesehen haben. Ich dachte du wolltest Asche sammeln. Ne, ich wollte nicht Asche sammeln. Ich wollte das hier sammeln. Sharkhole wollte ich sammeln. Ich habe mich vertan. Es tut mir wahnsinnig leid. So. Eat. Ja, ja, ja. Es regnet. Pass mal auf. Was wir jetzt machen ist, wir werden uns einen Hut basteln. Ähm, ich hoffe, das geht jetzt einfach so. Schwing. Zack. Und? Es geht schon besser? Guckt that shit. Und essen bitte. Okay. Cool. Der, äh, äh, der aktuelle Stand ist ein guter. Wir können jetzt, äh, Seil zu schieben. Da. Boards basteln. Oh shit. Habt ihr es gehört? Wir müssen dringend mal, ach, Seil. Wir brauchen Seil. Ähm, ein bisschen Holz weg. Ich höre das die ganze Zeit. So, jetzt haben wir einen Speer. Nehmen wir schon mal. Und lass uns mal bitte bei Structures diese scheiß Kiste bauen. Ähm, die würde ich gerne hier platzieren. Geh weg, Schwein. Okay. In die Kiste packen wir jetzt erstmal. Erstmal bauen wir hier neue Bäume an. Plant. Wieso nicht? Wieso nicht? Plant. Und plant. Okay, cool. Dann sammeln wir das Holz wieder ein. Jetzt können wir Sachen machen. Warte mal, was tun wir denn mal in den Chestnut? Jetzt Gold kann erstmal hier rein. Ähm. Ansonsten behalten wir erstmal alles. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier. Wo ist denn hier Crock-Pot? Okay, dann brauchen wir dreimal kaputten, also diesen Dingsler-Stein. Eins. Zwei. Drei. Und Crock-Pot. Yes. Schwing. Und wir haben ein bisschen Bad bekommen. Yay. Da, äh, Tag fünf. Sehr, sehr gut. Okay. Was kochen wir denn mal hier? Ich würde mal sagen, Berries. Oh, jetzt habe ich gar nicht. Warte mal. Ich muss das erstmal kochen hier. Sehr gut. Okay, dann machen wir noch Fleisch rein. Und was auch geht, ist ein Stock. Guck. So, jetzt kocht das schön. Ähm. Und in der Zeit können wir Sachen machen. Warte mal. Andere Lichter. Ich kenne mich ja noch nicht so gut aus, ne? Umbrella wäre super. Dafür bräuchten wir aber Sachen, die wir absolut nicht haben. Hm. Kompass. Was können wir hier machen? Backpack. Oh ja, der Rucksack. Den vergesse ich immer. Den nehmen wir jetzt mal mit. Oh, dann gehen wir erstmal schön Sachen holen. Ist das Essen immer noch nicht fertig? Und ich werde immer nasser, ne? Obwohl ich diesen krassen Hut aufhabe. Das geht mir auf den Sack. Oh, das Essen ist fertig. Was haben wir? Was haben wir? Kabobs. Hm. Hat recht viel Leben gegeben. Das finden wir sehr gut. Nacht, Captain Tweaks. Captain Tweaks. Jo. Finde ich gut. Stockfleisch, Beeren-Eintopf. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Todes, lecker des Todes. So, wir werden immer nasser und nasser. Was ist denn unser Plan jetzt erstmal? Mehr Essenszeug. Ich glaube, wir brauchen einen... Ähm. Wie heißt das Ding nochmal? Warte mal. So einen Blitzableiter brauchen wir, glaube ich. Ich glaube, ein... Oh, oder eine Angel wäre richtig geil. Was ist das denn hier? Nightmare Fuel? Wo kriege ich denn... Ach. Was? The Vining Rod. Das ist ja gar keine Angel. Ich brauche aber eine Angel. Science Machine. Alchemy Engine. Bräuchten wir eigentlich auch. Electrical Doodads brauchen wir dafür. Oh, die könnten wir sogar machen. Was brauchen wir noch? Blocks und Steine. Wie viele Steine haben wir denn? Warte mal. Eins. Zwei. Drei. Wir haben genug. Vier. Fünf. Tools. Wo war das jetzt? Bei Science, ne? Science Machine. Equal Machine. Äh. Doodads. Wie machen wir Doodads? Cutstone. Cutstone. Wie mache ich die denn? Schilder. Dann haben wir eine Wand. Also eine Mauer. Die möchte ich im Moment eigentlich gar nicht machen. Hm. Alchemy Machine. Electrical Doodad. Ja, aber wie mache ich die denn? Ach da. Jetzt erinnere ich mich. Ich habe es doch gerade gesehen. Die Hinschutz geht. Gute Nacht. Ich mache auch nicht mehr lange. Hirni. Ich mache auch nicht mehr lange. So, dann machen wir so ein Ding. Davon brauchen wir zwei. Okay. Und dann brauchen wir noch vier Boards. Müsste eigentlich auch machbar sein, ne? Eins. Zwei. Drei. Nein! Kleines bisschen fehlt noch. Okay, aber wir haben noch eine Axt, oder? Jo. Mann, die Bäume, die gepflanzt haben, sind schon... Die sind schon größer geworden. Ist ja krass. Das finde ich schon ein bisschen krass. Schwing, schwing, schwing. Schwing. Carado. Ähm. So. Ach, warte mal. Wenn wir jetzt hier schon so Probleme hatten mit dem Holz, dann hole ich doch lieber noch ein bisschen mehr Holz nach. Weil jetzt auch bald wieder Nacht wird. Ich manchmal, manchmal echt übersehe ich das und dann ist hier echt Kacke am Dampfen. Man muss da drauf achten. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wir brauchen eine Schaufel, damit wir hier bei uns ein bisschen anbauen können. Und jetzt sind wir auch noch kalt, ey. Wir müssen beim Feuer bleiben. Oder wir brauchen so einen Hitzestein. Ich glaube, es wird wärmer, wenn wir arbeiten. Kann das sein? Ganz getreu dem Motto. Arbeit ist die wärmste Jacke. Okay, dann lass uns mal. Wir bräuchten, wir brauchen noch ein bisschen Holz, glaube ich. Die kleinen Bäume haue ich immer so ungern um. Die sind ja noch so klein. Oh, guck mal, die ganzen Bären werden gerade schlecht. Ähm, da müssen wir gleich mal, müssen wir gleich mal kochen. Ein bisschen Bären kochen. Nee, nee, Freakle, heute, heute mache ich tatsächlich, ich mache nicht mehr lange. Stream läuft schon 42 Minuten. Ich denke mal, viel mehr, viel mehr als eine Stunde werden wir nicht machen. Vielleicht ein bisschen drüber. So, heute haben wir jetzt eine Menge, kein Regen mehr, sehr gut. Ähm, ich hätte wahnsinnig gerne eine Schaufel, eine Schaufel. Sehr gut. Und wir holen uns hier so lange noch. Soll ich mir schon mal lieber ein Board basteln? Ähm, was kann denn hier rein? Das hier. Steine sind gleich aus. Überhaupt nicht cool. Ups. Okay, ähm, Boards wollte ich machen. Boards wollte ich machen. Boards wollte ich machen. Eins, zwei, drei. So was. Dann können wir da gleich, wenn wir zurückkommen, können wir direkt das... Oh, ich muss jetzt schon das Feuer anmachen. Alter. Puh, wo sind eigentlich unsere Schweinekollegen hin? Sind die kaputt? Jetzt mal ehrlich, Leute. Sind die kaputt? Oh, jetzt ist Nacht. Okay, jetzt kann ich da auch nichts mehr machen. Aber wir haben jetzt, glaube ich, Zeug, um hier Sachen zu machen. Ähm, wie gesagt, die, die Berries wollte ich gucken. Kann ich die nicht alle auf einmal irgendwie gucken? Ähm, das wäre, das wäre schon, das wäre schon gut, wenn man die alle auf einmal gucken könnte. Aber ich glaube, das geht nicht. Wollen wir das anprangern? Machen wir später. Machen wir ein andermal. Machen wir schon. Scheiß drauf. Machen wir echt später. Den, 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 den. Ich vermisse die Musik, die war so schön. Wir kochen uns jetzt mal hier ein richtig wundervolles Gericht. Zack, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Berry und Berry und... Ja, halt den Stock, ne? Wie immer. Hier haben wir noch ein bisschen Samen, die wir kochen. Und essen jetzt. Und noch mehr davon. Sehr gut. Swag und Swag. Okay. So, wir haben gebaut an der komischen Alchemy Engine. Und jetzt können wir sie bauen. Und was macht die jetzt? Da können wir neue Sachen mitmachen, glaube ich. Faktors, Sign, Heavy, Heavy, Wall, Tools. Können jetzt so, so crazy shit machen. So goldene Sachen hier. Guck mal. Ein Hammer. Ein Hammer ist auch, glaube ich, der Hammer. Mit Hammer, mit, mit Hämmern kann man Sachen kaputt machen. Guck mal, Pitcher, Razor. Nein! Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch gar keinen Razor machen. Na toll. Damit kann man sich rasieren. Man kriegt ja einen Bart und so. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ach, Mann. Doof gelaufen. Oh, ich wollte auch eine Karotte eigentlich reinmachen. Schon wieder Kabobs. Naja. Okay, sollen wir noch was, sollen wir noch was Schönes kochen? Karotte rein. Berry, 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 oder was? Ich glaube, das wird nicht besonders super schmackhaft lecker des Todes. Aber dann lass uns doch mal losziehen. Dann machen wir jetzt, was könnte ich noch hier lassen? Die Steine kann ich hier lassen. Das Board kann ich eigentlich hier lassen. Wir müssen ein bisschen exploren gehen, Leute. So ein bisschen nach Sachen gucken und so. Die Steine können hier rein. Ich könnte mal, Flint nehme ich lieber mit. Die Hälfte. Das Holz kann hier bleiben. Wobei, ja doch. Kann hier bleiben. Stöckchen brauchen wir noch. Den anderen Shit kann ich schon ein bisschen essen, ne? Was ist jetzt hier drin? Was haben wir jetzt? Ratatouille. Oh, bringt schon. Es bringt Sachen. Dann essen wir so noch ein paar Beeren. Sehr gut. Okay, los geht's. Ähm, haben wir eine Schaufel dabei? Lass uns das mal hier alles regeln, hier. Zack, das Gold kann auch hier bleiben. Ne? Nicht wahr? Gute Nacht. Sieh das rüber. Wie gesagt, es ist hier. Es geht hier nicht mehr lange. Äh, Blumen lassen wir mal so, wie sie sind. Da haben wir hier noch was zum Arbeiten. Sowas. Also Sperrax, das Ding. Schaufel. Wir haben keine Schaufel gebastelt. Doch! Fuck, sie ist im Rucksack. Okay, dann packen wir hier nochmal eine weg. Okay, die hier können wir schön anpflanzen. Jetzt baue ich, jetzt baue ich ja doch alles so ein bisschen in unserer Nähe, ne? Das finde ich, glaube ich, nicht so gut. Diese Sachen, die brennen können. Oder? Es ist nicht so schlimm, sagt ihr. Wo wollen wir eigentlich lang? Wollen wir hier links, längs? Ja, ne? Okay, wir nehmen mal lieber den Sperr in die Hand. Wer weiß. Können ja auch Sachen passieren. So, warte mal. Jetzt nehmen wir das hier. Und das können wir eigentlich hier so lassen. Aber das Zeug hier, das holen wir dann alles näher ran. Das pflanzen wir dann alles direkt bei uns ran. Damit wir das direkt bei uns haben. Das ist ein guter Plan. Einsammeln bitte. Auch das bitte einsammeln. Geht das hier noch links gar nicht weiter, oder was? Doch, der Weg führt hier einfach mal weiter. Alles gut. Gute Nacht, wer auch alles noch so gerade ins Bettchen geht. Sind das nicht Rabbit Holes? Oh, yes. Sau geil, super viele davon. Okay, es ist bald Nacht. Das heißt, es könnte sein, dass mir jetzt gleich richtig kalt wird. Wobei, ich bin nicht nass. Das ist schon mal gut. Das ist an sich schon mal eine gute Sache. Wir haben noch Zeit. Hier ist jetzt der Weg zu Ende. Das geht mir auf den Sack. Oh, die Welt ist hier schon wieder vorbei und zu Ende. Die Welt ist echt klein. Die Welt ist echt sauklein. Okay, hier haben wir dann nur Pinecones rausgekriegt. Dachte, vielleicht kriegen wir dann noch Charcoal raus. So, hier ist auch vorbei. Sag mal, kann das sein, dass das die kleinste Welt der Welt ist? Haben wir ein Heuwall gebaut und dann hat er angefangen zu brennen. Alles in der Umgebung ist kaputt gegangen, oder was? Mega Ohm. Ja, das ist, glaube ich, keine so gute Idee. Lass uns mal Steine mitnehmen. Denn wir wissen, auch Steine sind sehr, sehr wichtig. Für Shit. Wir könnten natürlich auch eine Wand bauen, aber ich glaube, die ist jetzt noch nicht unbedingt nötig. Ich weiß, dass es irgendwann Hunde angreifen. Aber ich glaube, die ersten Wellen sollten wir da lockerlässig schaffen. Wir sollten uns einen Locksuit bauen. Gute Idee. Danke. Mit dem wir dann quasi ein bisschen mehr Schutz haben. Vor allem möglichen Gefiech. Und dann können wir auch... Oh, warte, warte, warte. Nein, das war ein Fehler. Warte mal, warte, 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 warte. Äh, sowas hier. Das nehmen wir nämlich mit. Das Ding nehmen wir auch mit. Zack, zack. Nehmen jeden Shit mit, den wir so anbauen können neben uns. Brauchen ein Stöckchen. Die Soundkulisse des Spiels ist der Hammer, schreibt ihr in der Kiste. Ja, das stimmt. Das ist, äh... Das ist ganz geil. So, die hier werden schon gerade schlecht. Starting to turn. Okay, vielleicht, wenn wir sie nochmal kochen, zusammen mit anderem Shit. Ich weiß es nicht. So, alles, alles, alles abbauen hier. Alles abbauen. Wir brauchen ganz viel Scheiße, die dann bei uns wächst. Die können wir dann auch mit Scheiße düngern. Das ist das Gute. Und hier sind zwar überall so Kaninchenlöcher, aber... Ich glaube, die treiben sich gerade hier nicht rum. Kann das sein? Hier ist ein Wurmloch. Da könnten wir irgendwo anders hinspringen. Noch können wir das tun. Das nimmt nämlich auch... Das, äh... Das fördert den Wahnsinn. Äh, ich weiß leider nicht, ob Pfarrer mir gewonnen hat. Weiß das jemand im Chat, ob Pfarrer mir heute gewonnen hat? Das wüsste ich auch wahnsinnig gerne, um ehrlich zu sein. Ja, es wird dunkel. Oh, jetzt wird es doch sehr, sehr schnell. Ja, du hast recht. Jetzt letzter, letzter Strauch. Fuck! Wo ist... Nein! Ist okay. So, muss ich lang? Straight nach oben? Alles gut, schaffen wir. Schaffen wir locker. Locker. Leute. Ich bitte euch. Okay. Wo ist das letzte Board? Haben wir das hier gelassen? See, Senior. Ah, das müssen wir noch nicht reintun, ne? Wir müssen noch ein bisschen warten. Wir haben kein Holz mehr. Wir haben nur noch einen Holzbalken da drin. Zum Glück haben sie dir nachgewachsen. Ich tue jetzt schon mal rein. Okay. Dann... Axt. Und komm. Holzi. Ich frage mich echt, wo die Schweine geblieben sind. Wo... Wo zur Hölle sind die Schweine hin? Wir hatten noch zwei Schweinekumpels. Ich mach mir ein bisschen Sorgen. Okay. Alles klar. Ich wollte noch was kochen. Und ich hoffe, dass das jetzt mit den, äh... Ein bisschen kaputten Beeren nicht so das Problem ist. Dann machen wir noch eine Karotte rein. Oder zwei. Guck. Und dann... Bauen wir jetzt hier... Ups. Ich hör da irgendwas Großes, glaub ich. Nee, nicht drop. Du sollst die planten, du Nacken. Plant. 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 Danke sehr. So, dann bauen wir den Shit. Bauen wir hier hin. Mann, ey. Also das Handling finde ich jetzt nicht so geil. Man muss dann so ein bisschen rumlaufen und gucken, dass man noch nicht davor steht. Ich hab nichts gesagt. Okay. So, das Essen ist fertig. Was haben wir denn? Schon wieder Ratatouille? Naja. Aber es geht. Man kann da Sachen machen. Komm, dann machen wir noch mehr davon rein. Ähm. Kann man auch... Wollen wir ein bisschen Sheets reinmachen? Ach, Sheets geht nicht. Die muss man vorher kochen, oder was? Geht's jetzt? Auch nicht. Hm. Dann machen wir noch einen Stock rein. Und noch mehr Berries. Guck. Was können wir denn noch Schönes machen? Äh, äh, hier können wir Pitchfork machen. Äh, Structures. Structures. Woodwall. Woodwall. Wollen wir alles nicht. Wollen wir alles nicht. Was können wir hier machen? Woodwall. Brauchen wir nicht. Wollen wir nicht. Papyrus. Was braucht man denn dafür? Dass das da nicht steht, ne? Finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Ähm, können wir... Können wir eigentlich... Können wir Klamotten machen, die uns... Rainhead? Strawhead. Rainhead. Das ist der eigentliche Rainhead. Da brauchen wir... Moe Worm. Und Bone Shards für... Ach, du Scheiße. Wir müssen exploren gehen, Leute. Wir müssen ganz dringend... Müssen wir exploren gehen. Was denn hier? Wet Goop? Hat gar nichts gebracht. Weil's... Weil's regnet, oder was? Ach, komm schon. Fuck. Koch doch mal irgendwas jetzt hier. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Am Regen, oder was? Fuck. Okay, wir müssen... Wir müssen loslaufen. Wir brauchen... Okay, wir brauchen... Was wir noch brauchen, ist ein Locksuit. Wir brauchen zwei Seil und vier... Normales Holz, oder was? Normales Holz. Okay. Haben wir davon genug? Eins. Zwei. Und... Nee, wir haben nicht genug Holz. Aber das können wir ändern. Das können wir ändern. Shit. Axt kaputt. Oder? Hatte ich nicht noch eine Axt? Habe ich nicht noch eine weggepackt? Ich glaube ja. Nee, nicht... Nicht... Nicht nehmen! Nee, eine Schaufel hatte ich hier. Okay. Also Axt können wir bauen. Ich bringe... Die Bären hier lachen mich schon die ganze Zeit an. Okay. Ich hoffe, das gibt uns genug Holz. Ich glaube, wir brauchen noch zwei. Kann das sein? Schon wieder genug... Oder mehr noch abbauen. So, wo ist die Schaufel? Ich habe gerade keine Schaufel dabei. Wo gehen wir denn hin? Wir brauchen... Wir brauchen das... Liegt das mal hier hin? Das machen wir gleich. Äh... Schaufel in die Hand, bitte. Zack. Jetzt bin ich ja dunkel. Wir haben nichts geschafft. Meine Fresse. Okay, wir sollten auch noch mal was essen. Fällt mir gerade auf. Das vergesse ich ja auch gerne, ne? Was ist... Was ist das für Essen? Fistful of Jam. Ach, das ist Marmelade. Oh, da hat aber ganz schön viel gebracht. Müsst ihr sagen. Okay, so. Ähm... Was wollte ich? Was wollte ich bauen? Ein Locksuit? Yes. So. Den nehmen wir natürlich mit. Ähm... Sowas. Und... Ich glaube... Die... Die Berries da unten... Die können wir mal wegschmeißen. Die... Brauchen wir nicht mehr. Die sind schlecht geworden. Sehr, sehr ärgerlich. Oh nein. Oh nein. Ich habe mir nicht mehr leverage.